Herzlich Willkommen zum Silvesterkanal. Ihr seht schon, wir sind nicht in Spanien, aber so ähnlich und zwar in Polen und haben hier eine Trucker von 10 Metern bekommen. Die legen wir natürlich auch gleich so schön aus und dann würde ich sagen, bleibt nichts anderes übrig, als das ganze zu zünden. Viel Spaß. So, wir haben das Ding jetzt ausgepackt und ausgebreitet. Ist echt ein Riesenteil. Viel Spaß, viel Spaß bei der Zündung. Alter, mega heftig, vor allem für so ein paar Euro. Alter! So. 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 So.